Das hier ist ein Stufe-1-Notruf von Shield Agent Dugan. Laut Dr. Selvig werden wir von Frostriesen angegriffen, aus dem... äh... Moment... Asgardischen Reich von Jutunheim. Wir haben nicht das Personal, um mit irgendeiner Monster-Invasion fertig zu werden. Ich brauche Verstärkung großen Kalibers. Schnell! Verteidigt die Flanke! Lass sie nicht! Ihr habt ihn gehört, es gibt keine Zeit zu verlieren. Einer meiner Piloten bringt euch nach Norwegen. Und richtet diesen Asgard dann aus, ich mag es nicht, wenn ihre Probleme zu meinen Problemen werden. Diese erbärmlichen Sterblichen. Sie sehen nur die unmittelbaren Probleme vor sich, nie den gesamten Plan. Oh Vater, du hast einen ungünstigen Augenblick für deinen Odin-Schlaf gewählt, mit Hilfe der Macht des kosmischen Würfels der Sterblichen. Habe ich Portale geöffnet, die Asgards Feinde bis an seine Tore bringen. Während meine neuen Verbündeten die Stadt erobern, beanspruche ich den Thron und herrsche selbst über Asgard. Malekith, Kurse und die übrigen Dunkelelfen waren nur allzu bereit, ihre lang gehegte Wut auf Asgard in die Tat umzusetzen. Ich sollte mich wirklich bei Victor von Doom bedanken, wo immer er sein mag. Dass er mir unwissentlich zu meinem größten Sieg verholfen hat. Manchmal vergesse ich, wie nützlich Sterbliche sein können. Ich werde mich überraschen, wie nützlich Sterbliche sein können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 This is Loki's age I am power 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 I am power